Hallo zum Bellini Hunde Physio Adventskalender. Heute habe ich wieder eine Gruppe für euch, die ihr einfach in kleinem Raum zu Hause machen könnt. Und zwar braucht ihr entweder solche Pylonen oder ihr könnt auch einfach Flaschen nehmen. Und wir machen heute mit unserem Hund Slalom. Das heißt also den einfach reinherdrehen und lasst ihn alles abräumen. Kommt. Und füllt euren Hund einfach im Slalom um die Pylonen oder eben um die Flaschen. Und da könnt ihr natürlich auch mehrere, noch mehr Flaschen hinstellen, wenn ihr Platz habt. Dann könnt ihr so eine ganze lange Bahn machen und könnt ihr dann auch einem Hund beibringen, dass ihr immer alleine da einfädelt und rumläuft. Oder eben halt so im kleinen Kreis, wenn ihr nicht so viel Platz habt. Aber das geht also wunderbar. Auch einfach im Wohnzimmer. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.